Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Da komm ich neben dem dran. Jetzt aber. Entschuldigung für mich. Oh nein. Wir sind heute auf Erkundungsturm. Unten in den Höhlen. Geht weg. Oh, noch eine Vase. Um Steine zu klöppeln. Für eventuelle Häuser, die wir noch bauen. Was auch mal interessant wäre, was ich auch schon gesehen habe bei anderen Terraria-Spielern. Ist ein Schloss. Aber dafür müssen wir erstmal, meines Erachtens nach, mehr Nachbarn kriegen. Zumindest meine Malen. Sind ja schon gut dabei. Ich meine Häuser in Massenproduktion. Und dann kommen wir uns jetzt noch mehr Steine für noch mehr Häuser. Das dürfte eigentlich möglich sein. Oh Gott. Wie weit geht das denn? Nein. Nein. Ein ganzes Scheineparadies. Jetzt kommt ans Licht, wie viel es überhaupt ist. Jetzt kommt es ein ganzes Scheineparadies. Die kommen mir vor wie einer der sieben Zwerge von Schneewittchen. Was ist das? Bleierd, achso. Jede Menge Bleierd. Ich weiß einfach noch nicht was ich damit machen kann, aber okay. Wenn mir das Lied gerade einfallen würde von den sieben Zwergen. Ja, das ganz große Klasse. Den haben wir so Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen. Das nehmen wir eben auch noch mit. Wir nehmen was wir kriegen können. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich weiß nicht, dass so viel hier ist. Ich kann einfach so Tastenkombinationen nicht. Ich bin bei sowas verloren. Das ist kein Spaß. Das ist ehrlich so. So, jetzt würde ich sagen. Gleich tun wir das mal zu. Passt schon. Aber wir wissen, da müssen wir nicht mehr lang. Wow. Oh. Ich sehe schon, ihr wartet nur auf mich. Ich habe euch aber nichts getan. Was ist das da unten? Was war das? Was ist das? Ah, noch ein Grünerslam. Ah, den, den ich schon getroffen habe. Komm, geht. Einzelne von euch, komm ich an. Oh, da ist noch eine Vase. Seid ihr die Wächter da? Das gibt es noch nicht. Na komm schon. Nicht mich. Nein. Gut. Da ist noch mehr. Nice. Eine ganze Mine ist das. Gibt es eine gute Mine? Ha, 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 ha. Oh, Entschuldigung. Jetzt muss ich dich töten. Tut mir leid. Komm, gleich hast du es geschafft. Oh, nö, ein Pinkie. Hau ab. Keiner will dich. Roter Slime. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht treffen. Na, was kriege ich von dir? Oh ja. Die Farbe rot steht hier. Die Farbe rot steht hier. Die Farbe rot steht hier. Kommt ihr irgendwie aus allen Richtungen jetzt? Nein. Er hat mich abgelenkt. Verdammt. Jetzt habe ich die ganze Scheiße hier. Ah, komm. Geh weg. Ich sehe hier nichts. Ich kann aber auch nichts hier hinbauen. Das wäre Selbstmord. Ja, komm her. Und ich mache ich auch fertig. Will doch jemand, wer hat noch nicht. Wer hat noch nicht. Wer will noch mal. Komm schon. Viel Feinde in der Nähe. Richtig zähl, muss gelernt sein. Komm. Komm schon. Dankeschön. Verdammt, was mache ich denn jetzt mit dem Wasser? Noch so ein roter. Ja, ich habe deine Freunde getötet. Gott sei Dank. Oh. Weg. Geh. Geh. Komm. Na komm schon. Komm. So. Wie ist das Ausmaß? das war ein scherz mit 1000 stein ich gedacht habe nicht gesagt ich weiß ich sollte weniger denken mehr sagen mehr erzählen von was ich denke stelle es für mich zu behalten aber so bin ich nun mal zum ich gehe weg sind meine steine direkt zum Noch so ein roter. Ist es am Regnen? So ein roter. Jetzt hat es anscheinend aufgehört. Damit binden wir dann eben die Folge ein bisschen gefreut und bis zum nächsten Mal.